Aber warte mal, ich muss schnell furzen. Moment, Entschuldigung. Was hat er gesagt? Ich muss schnell furzen, hat er gesagt. Hey, willkommen zum neuen Video. Der Carlo und die Sunny, die wissen gerade überhaupt nicht, was abgeht. Wir haben ja heute die ganze Zeit Videos gedreht, ne? Ja, richtig. War ich heute ein bisschen anders wie Sonsch? Ja, du hast ein paar komische Witze gesagt. Und ich hab nicht die ganze Zeit gefragt, was passiert. Und zwar war es nämlich so, dass ich von Youtube und Aufgaben bekommen hab, die ich während dem Video... Besser als ein bisschen furzen oder so. Richtig, zum Beispiel. Und ich hab dir jetzt die ganze Zeit ein, ich werde jetzt immer versuchen, meine Aufgaben zu machen. Deswegen hast du auch immer aufs Handy geschaut. Ja, genau. Und das zeig ich euch jetzt, was dabei rausgekommen ist und wie die zwei so reagiert haben. Hast du das immer gefilmt? Ja, natürlich. Irgendwie sehen meine Lippen voll komisch aus. Ja, Max. Abbruch, Abbruch. Nein. Ich hab keinen. Max, das schaut doch gar nicht komisch aus. Sieht komisch aus. Also ich seh ziemlich gut aus. Hoffentlich schmeckt der, kannst du nach Pimmelburger oder so. Kennt ihr das? Nee. Das ist jetzt so, bei McDonalds kann man jetzt den neuen Burger auswählen und hat einer tatsächlich den Pimmelburger genommen. Hä? Ach so, kann man reinkommen, ne? Ja. Und dann gibt's auch welche mit Bratwurst. Ja, aber das gab's schon mal, ne? Echt? Ja, ja. Bratwurst ist nur ein Burger. Ach so, aber das ist dann nicht mit Bratwurst. Aber das sind Bratwürste. Oh ja, mein Wasser. Wurst noch schnell, bevor wir sehen Bratwurst. Jesus. Ich lasse mal ins Offen her, bitte keiner dagegen stoßen. Gibt's den Geschmack Richtung Bratwurst? Hier auch? Ja. Gibt's tatsächlich? Ja. Bratwurst? Bratwurst. Aber wir schauen jetzt aber noch nicht nach, ne? Uh, Carlo trainiert, oder? Voll die krassen Muskeln gerade. Nein, wirklich nicht. Also, nein, okay, was war euer Schlimmstes? Boah, was ist das wirklich? Okay, war. Ist das ganz natürlich? Ja. Mach schon eher so die Drama Queen hier. Die Kategorie ist... Beste Haare... Warte, noch mal, noch mal. Danke, ich hab sie heute früh gemacht. Okay, auf alle Fälle. Oder? Nee, ich hab Drama Queen. Danke übrigens dafür. Boah, die riechen so krass. Ich weiß gar nicht. Du musst nicht? Nicht mal. Du bist dann schon wieder bei der Halle. Nein. Hit me, baby, one more time. Ich hab's nicht verstanden. Nein, größer, gar größer. Nee, das passt doch so. Wir wollen uns alle... Er hat auch gebissen. Ich bin bangisch. Dem Carlo. Dem Carlo. Du schaffst es. Na und? Alles gut? Nimmst du schon an? Ja. Jetzt kommst du doch gleich so... Nein. Was machst du? Was? Oh, ich hab mir eigentlich abgepasst. Also je... Oh Gott, Max. Schneid es lieber nicht rein. Schneid es lieber nicht rein. Hat ich Puppe? Nein. Nur meine eigene. Nein, nein. Was hattest du? Ey, du hörst nie zu. Nein, ey. Ich hör mal die ganzen abnormalen Kommentare. Und I will always love you. Habt ihr es? Ja. Okay. Der andere schon den Zettel in der Hand und schau dann halt, welch gut er ist. Ach so, ob sie gar nicht genau. Also. Also. Wahrscheinlich ein anderes Wort dafür, ja. Ich will immer das gleiche sagen. Komisch heute. Du kommst jetzt irgendwie am Anfang gar nicht so an, es hat irgendwie voll säurig geschmeckt. Hä? Säurig? Ja, okay. Okay, jetzt kriegst du noch eins ausgesucht, ne? Nee, ich mag nicht mehr. Ach so. Ja. Jetzt magst du nicht mehr. Nein, ich will nicht mehr. Du hast das Spiel eröffnet, du musst es auch beenden. Nein. Wer ist das nicht von dem Zettel? Ich will beenden das Video jetzt hier, finde ich. Doch. Ja, nö. Ich mag nicht. Wo ist denn die Karte? Welche Karte? Wir können das Spiel nicht weiterspielen. Stimme ab. Nee, egal. Ich suche mir einfach das Ekligs aus. Also das war's jetzt mit dem Video. Nein, ich wüsse jetzt ohne Spaß. Ich mag das nicht machen. Wir haben es auch beide schon gemacht. Ich beende es jetzt einfach gleich. Nein. Also das war's mit dem Video. Wir drehen auch noch zwei andere Videos auf den beiden Kanälen. Und sag noch Tschüss. Das seh ich nicht. Warte, ich hab das nicht gesehen. Ach so, das ist das Lemon da. Nein, warte. Also so ein Lemon. Warte mal. Warte mal. Ich muss schnell furzen. Moment. Entschuldigung. Oh Gott. Mach ich mal schnell furzen? Was hat er gesagt? Er muss schnell furzen, hat er gesagt. Oh, Entschuldigung. Was machst du? Was machst du? Ja, total. Warum lächst du die Kamera an? Warum magst du die Kamera an? Ich mach sie wieder an. Ey, du hast es geplant, Gerhard. Was? Keine Ahnung. Ah, deine Mitesser retuschierst du immer, oder? Logisch, alles. Alles immer. Auf Instagram schon. Krass. Du hast voll die Hose auf. Das ist am Knie so. Ach so, Geräusche. Oh, das stimmt. Was ist das braune? Ey, Leute. Was ist denn du? Was war das? Wir sind so bescheuert. Deswegen habe ich, ich weiß nicht, ich habe dich nicht so oft betatschen müssen. Ja, ja. Und jetzt haben sie ihre Haare, ne? Ah, die Haare. Oha. Ich habe gedacht, wir werden zu sehen. Eigentlich stinken die übrigens. Carlos Muskeln bemundern. Oh Gott. In der Nase vorbinden. Ah. Frag Carlo, wie sein Mitesser eigentlich retuschiert. Logisch. Leute, ich kann euch ein super Programm auch empfehlen. Pixar ist für Sandys kostenlos. Da wirst du Bescheid. Dass ich plötzlich keine Lust mehr hatte, das Video zu filmen. Ja. Da wollte ich doch plötzlich. Da dachte ich mich so, Bitch. Crazy. Gut, okay. Wir hoffen, euch hat's Video gefallen. Daumen hoch und uns freuen. Schaut auf jeden Fall bei den beiden Kanälen vorbei. Bei Captain Carlo und Sonnies. Und links und in der Infobox oder in der AppCard. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Tschau. Jetzt bin ich groß genug dafür. Komm. Was? Wir müssen da hin.